Das ist jetzt... ziemlich traurig eigentlich. Also ich muss sagen, das berührt mich schon. Sie sehen jetzt ein bisschen anders aus. Federn und Bäume. Neue Waffen im Geschäft. Wir haben jetzt auch keine Pistole mehr, sondern wir haben Bogen. Ich habe doch Angst, dass ich den Gehückel habe. Vom Menschen? Ich habe also keine Pistole mehr, weil wir uns jetzt nicht mehr reingekommen haben. Es ist etwas für sich, dass wir uns nicht mehr geschmissen. Aber hier haben wir dann noch den Gehückel, also für die Rechte. Aber ich habe auch eine Sprachmage mehr oder eine Nudelkappe mehr gemacht. Ich habe auch ein bisschen mehr reingekommen, aber auch etwas zu sein. Da hinten hin soll ich? Ja. Äh. Ah, okay. Drücken Sie in einen v-förmigen Baum Leiter so um nach oben zu klettern. Ah, alles klar. Ja. Okay. So cool. Aber ich habe einen Schein geflogen. Ja. Das ist ein Schmutz. Man kann sich nicht mehr aufhören, oder? Glocen Ja. Was er in den Norden? So. Ja, dann muss ich stehen. Ja, die ich so schief auf mich. Nee, doch. Als ich mich nicht verletze, dass sie nicht verletzen, gibt es so über die Freiheit, wenn ich nicht konkurrieren will, wenn ich mich nicht verletzen will, wenn ich nicht verletzen will. Wenn ich nicht mehr so will, Was nicht sicher, wunsch dafür eine Geschichte von Gehrause war? Das ist das recht. Ich weiß nicht, warum es das Haus gesessen ist. Ich weiß nicht, was er noch an, wenn ich berühre. Ich weiß nicht, was wir nicht mehr selber anschauen und euer Montag zu lassen. Wenn ihr euch mal gesagt habt... W copy. Hopp! Hopp! Na komm! Ähm, ach da! Äh... Worunter jetzt? Worunter jetzt? Ah, alles klar! Muss man erstmal jetzt grad hier so ein bisschen kapieren wo man lang... Ist ja schon cool irgendwie... Hopp! Jawoll! Er ist ja echt geil schon gemacht, ne? Hopp! Wo müssen wir eigentlich da hinten hin, ne? Verdammt! Dat durfte natürlich nicht passieren! Ich darf den Boden nicht berühren! Dar... Ich bin ein bisschen... Hopp! Und hopp! 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 Hier runter... Hier runter... Hier lang, ne? Ja, genau! Ach, hier geht's natürlich auch! Okay... Sehr gut! Immer noch sehr gut! Jetzt muss ich erstmal gucken! Komm ich hier durch? Jawoll komm ich! So... Komm ich! Oh! Der ist ins Wasser geplumpst! Hopp! Muss ich ja raushelfen! Wenn wir da im Wasser sind, müssen wir kurz warten um den Verbindeten rauszuholen! Alles klar! Alles klar! Komm spring! Jawoll! Ich find das schon irgendwie richtig cool gemacht hier! Gefällt mir sehr gut! Muss noch mal an der andere Seite ständig durch die Städte zu schwingeln! Ach komm ey! Warum bist du jetzt nicht da rüber gesprungen? Naaah! Ja, das... Ja, das... Es ist ein bisschen... Kann sich wirklich hier... Das Let's Play wirklich teils in die Länge ziehen! Ich will halt aber wirklich zu 100% machen! Doch nicht ordentlich, das! Deswegen... Ja... Müsst da halt durch! Wenn's euch nicht gefällt, guckt's beim anderen! Ganz einfach! So seh ich das! Ich will nur Leute, denen meine Spielweise gefällt! Wo ist er? Wo kommt er? Ach so, er wartet bis ich jetzt hier weg bin! Ach so, er wartet bis ich jetzt hier weg bin! Und tschüss! So, einmal kurz raushelfen! Das lernst du noch! Weiter geht's hier! Müss mal hier rüber, Mannat! Dann... Hier lang! Hoppala! Egal! Oh! Ah, dass du... So, du... Oh steht, du... Ich kann mich nicht mehr aufbauen. Ich kann mich nicht mehr aufbauen. Ich kann mich nicht mehr aufbauen. lang hoch ja komm hier hoch ja weil läuft dahinten ist die feder da ist die feder die gehen uns gleich holen gehen auch mal eben zu dieser feder hier alles klar das ist ein richtiger ein richtiger meister im klettern hier alles klar perfekt oh 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 wei was das anhofenbar na ho da wak got nico's runi Ich habe noch einen kleinen Vogel-Federn gefunden. Ich habe noch einen kleinen Vogel-Federn gefunden. Ich habe noch einen kleinen Vogel-Federn gefunden. Weitere Vogel-Federn finden. Drei Stück. Ach klar, es sollten wir jetzt noch Vogel-Federn besorgen müssen. Ah ja, hier irgendwo einer. Die Vase gleich da ist sie. Hopp, einmal runter. Ist da vorne noch einer. Da ist sie. Komm, aber er ist gerade nicht so dran. Heißt, wir müssen einen Umweg gehen. Und von hier aus können wir anscheinend irgendwie hochklettern. Anscheinend irgendwie... Ah, so. So. Komm, einmal auch hier hoch. Komm, hier durch. Komm, komm, hier hin. Sehr schön. Komm, wir kennen, wo welche sind. Ich sehe da keine mehr. Wieder auf der Karte wird angezeigt. Ja, da ganz hinten. Hier hinten wird mir einer angezeigt. Ach du heilige Kacke. Ganz schön weit entfernt. Wie weit? Einen halben Kilometer? Ich hab doch einen Arsch auf. Ah, naja. Muss jetzt sein... Weil ich will... Ach, warte mal. Vielleicht... Ach. Ich muss ja nach ganz oben. Ja, ist klar. Super. Okay, so klappt es nicht. Warte mal. Haben wir hier irgendwo noch einen... Einziger Aussichtspunkt hier vorne. Also müssen wir jetzt einmal eben ganz nach oben klettern. Um den Aussichtspunkt hier zu erreichen. Weil der verrät uns garantiert auch noch, wo... Hier... Irgendwelche Federn sind. Wie komm ich denn da hoch? Komm ich von hier aus weiter hoch? Jo. Klappt sehr gut. So. Wo ist der Aussichtspunkt? Ach, der ist weit oben. Der ist weit oben. Eieieieiei. Ähm. Ah. Okay. Ich hab mich gerade schon gefragt. Wie komm ich denn jetzt da hoch? Zack, 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 zack. Weil eigentlich gut der klettern kann das ja. Einfach atemberaubend. Daumen auf den Baum hoch. Ich... Waaah. Wie komm ich dann gleich da runter? Habt ihr schon mal daran gedacht? Komm, Kette hoch. Uaaah. Waaaah. auch wie ein gott da drauf ne das stört ihn kein bisschen ach guck mal genau mal kurz auf die karte dahinten diese feder nicht mitnehmen kann ich hier irgendwo runter springen ich weiß da grad gar nicht sieht auf jeden fall nicht so aus ob ich irgendwo hier runterschwingen dax von wo aus kann ich ähm da weiß die nicht hier ach guck mal ich kann hier ruhig nach unten laufen da ist die feder doch neun ich darf wahrscheinlich jetzt wieder nach oben klettern ne ich hab das kann auf den ast runterspringen scheiße verdammte axt darf ich wieder nach oben klettern naja bleibt uns ja nichts anderes übrig das ist 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 da kommt ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ah ich habe dachtemals hätte ich mir aber in den arsch gebissen Die Musik ist auch wirklich cool. Lügen. Ja, das ist hirnrissig. So. Dann fangen wir mal an, die ganzen Dinger zu suchen. Na komm, spring. Ah, da dürfen wir noch nicht lang. Komm, hier einmal runter springen. So. Gucken wir mal, hier kauft die Karte. Ach, wir müssen auch nur noch eine finden. Alles klar. Ach, da speichert der sowas. Sehr schön. Muss ich mal aufpassen, wo lang wir laufen. Hopp, hopp, hopp. Gucken wir uns jetzt gleich erstmal die Umgebung an. Wie wird er nämlich da hinkommen? Ey, runterklettern können wir hier anscheinend nicht. Ist ein bisschen zu gefährlich. Nee. Oh, runterklettern können wir so nicht. Oh. Können wir irgendwie... Wo war der jetzt nochmal? Scheiße, jetzt hab ich aus den Augen verloren. Oh. Okay. Da unten ist... Ist da unten der Haufen? Ich bin mir nicht sicher, ob da unten der Haufen ist. Kann ich von hier aus runterspringen? Soll ich mal versuchen? Oh. Oh. Ey, sieht nicht so aus, ob ich da irgendwie runterspringen könnte. Ah. Da ist das Nest. Da ist das Nest, was ich gesucht habe. Also, was ist das? Ich würde dann auch mal irgendwie runterkommen. Häe. Hängen. So. Jetzt können wir hier runterklettern. Lalalalala. Da kann man uns mal losfallen lassen. Hier ist das Nest. Ey, wat? Wat ist los? Wieso zum Teufel? Ey. Ey, gib es nicht noch. Aber wegen sind wir jetzt ganz unten. Da vorne ist Feder, die kreimen wir uns jetzt schnell. Ach, guck mal, so ein Problem ist hochklettern. Alles klar, passt doch. Na, komm. So, jetzt aber. Komm, hopp. Geht doch. Hopp. Fallen lassen. Mein Gott, jetzt. Heieieieiei. Da wartet er schon sehnsüchtig auf uns. Wir haben kein Geld mehr. Mann. So, auf zur nächsten Mission. Das kann man nicht machen. Ich habe es dir, sag's schon Peu. Schade es. ich weiß, dass wir die Leute nicht mehr spüren können. Ich weiß, dass sie nicht mehr spüren. So, Okay, here's the second beat. Bögen sind tödlich und lautlose Waffen. Die Gäste haben die Gäste gebeten.